Killer wählen. So, was hab ich denn da? Als du das erste Mal die Kechie gejagt hast, ist Kechie mit dir im Schlepptau direkt vor meiner Nase und habe so durchs Bild gedöselt. Hi! Hallo! Entschuldigung, ich war der Generator, lass dich nicht stören. Und du bist die ganze Zeit am Anfang in einer Ecke rumgeirrt, so um ein Haus rumrum, wo ich alles versucht hatte, diesen Generator zu machen. Also, okay, leck mich am Arsch, ich geh jetzt auf die andere Seite der Map. Dann hast du Hände gejagt und der hat dich aber auf die andere Seite der Map getrieben. Ich saß gerade an meinem Generator und warst du schon wieder da, das geht doch nicht. Ja, aber du warst echt die ganze Zeit da. Ich hab gerade jetzt die Seite gewechselt, weil du nicht weggegangen bist. Dann hab ich gesagt, okay, jetzt geh ich auch rüber. Mando! Oh, jetzt war aber ne gute Runde. Ja, für den Atmeer jetzt nicht so, aber... Ach so, geht aber nicht. Ich sag mal, wenn wir... Ich glaub, das Hauptproblem ist der Timo, der ist auf beiden Seiten einfach zu gut. Noch einer von unserem Schlag jetzt statt Timo, dann war das echt ausgeglichen und fair. Äh, Johanna? Der Timo hat halt tiefenentspannt mit seinem Werkzeugkasten und wie auch immer. Der hat ja sämtliche Haken ruiniert. Ich hab aber auch zwei weggemacht. Du hast irgendwann nicht einen Haken mehr. Ja? Ja, doch, ich hab mega viele gesehen, aber ich hab trotzdem keinen gefunden. Ja, du kriegst sie irgendwie alle angezeigt. Wir sind da teilweise ewig weit weg, weil du eigentlich hättest du noch wesentlich mehr angezeigt bekommen sollen. Also wir haben neun Haken weggemacht quasi. Ja, krass. Ja, krass. Ja, du bist ja drin, aber es fehlt uns noch ein Survivor. Ne. Ne? Ne? Es gibt nur vier. Ey, bei mir stehen nur drei. Bei mir stehen vier. Ja, aber ich stehe nicht... Ach so, ich muss irgendwie... Hä? Ich bin... Ich bin irgendwie nicht richtig drin. Noooo, was sagt gut dazu. Bei mir bist du näher Carlson. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du weg. Jetzt bist du der Killer. Jetzt bist du wieder da. Äh. Okay, komisch. Aber nicht bereit. Warum kann ich jetzt noch einen Friend inviten? Ignorier das. Das stand bei mir eben auch, aber jetzt hast du diese Position... Weil deine Hände da rausgegangen sind und dann in dem Moment die Position quasi frei wird, aber... Das war... War bei mir eben auch... Ich bin Killer. Ich guck mir das doch gerade noch an! Ja, chill, chill, chill. Alles gut. Sie ist so komplex. Der Hände hat ein Komplex. Hände komplex. Ja. Ich habe Angst vor einer großen Ansammlung von Räumen und es ist ein Gebäude komplex. Ah! Ich wollte nicht überleben! Hi! Also egal wie die Killer aussehen, das war so der gruseligste Moment bisher. Wow! Mein Spiel hat sich jetzt aufgeregt. Ich habe drauf gedrückt und komme nicht mehr weg. Oh no! Ich bin jetzt Zuschauer und kann nicht mehr zurück wechseln. Oh. Ich muss die Gruppe verlassen. Ich bin gleich wieder bei euch. Meine Güte! Jetzt kann ich zum Killer wechseln, weil ich in keiner Gruppe mehr bin. Das ist viel Blackwack. Du kannst innerhalb von fünf Minuten nur einmal wechseln. Du hast zu viel gewechselt. Wir haben jetzt schon angefangen. Wir haben auch Steve Hanken und Nancy Wheeler spielen. Selber. Worum ging es? Keine Ahnung. Ranger Things. Nicht spoilern, ich habe auch nicht viel gesehen davon. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Hä? Ihr habt Ranger Things noch nicht gesehen? Das ist eine Serie. Also das sind fremde Dinge. Das ist ja leise. Ehrlich? Ihr habt Döner mit Manuel noch nicht geguckt? Das ist eine Serie. Das ist eine geile Serie. Das ist echt cool. Oh mein Gott. Ja, Manuel macht einen Döner übelst. So, ich kann ja jetzt wieder beitreten. Aber das ist so eine von den Serien, die schlechter wird, je mehr Staffeln es gibt. Toll. Danke. Flash. Hä? Jetzt weiß er alles. Ja. Die erste ist perfekt. Die ersten zwei sind gut. Die ersten zwei sind gut und dann wird es halt so ein bisschen... Toll. Sie hat er übersprungen. Das ist immer so. Ich bin ja... Also ich mag die Serie The 100. Eine der wenigen Serien, die ich mir auf DVD gekauft habe. Aber da sind auch die ersten... Die erste Staffel ist großartig. Die zweite ist auch noch ganz nett. Und dann wird es auch total abgedreht und seltsam. Dann wird immer bekloppt. Dann werden sie es halt so weiter zu ziehen. Ja, ja, genau. Das ist schwierig irgendwie. Das klappt halt einfach nicht. Aber ich guck's mir trotzdem immer wieder an, weil es immer noch geil ist. Das klappt bei so Serien, bei so einfachen Serien wie Scrubs oder Big Bang Theory. Da kannst du halt noch eine Staffel machen, weil das ist einfach klassischer alberner Slapstick. Das kannst du ewig ausreizen. Guck mal, fertig. Ich war fertig und dann wurde ich entfertigt. Selber, selber nicht fertig. Aber habt ihr Witcher geguckt? Natürlich. Nö. Die war auch geil, Mann. Demnächst werde ich die zweite mal gucken. Wusstet ihr, dass die Pferde von Henry Cavill... Demnächst, die zweite, die kommt erst... Wusstest du, dass der Killer im falschen Raum ist? Achso. Oh, 2021. Nein, ich wollte doch sagen, Henry Cavill hat die Pferde selber gecastet. Ja. Oh, der sieht aber auch so heiß aus in dieser Serie. Ja, genau. Wesentlich besser als Superman in seinem Latex-Scheid. Ja, also Superman. Tschüsschen, tschüsschen. Ciao. Okay, er ist Ray. Das ist der Geist, der mit den Glocken. Ziemlich große Glocken. Das ist ja wie immer. Das sind die Glocken seiner Großmutter. Jetzt müssen wir uns anstrengen, ne? Der Henne sagt nämlich immer nur, dass er nicht gut ist und das ist dann richtig gut. Das macht er bei AOE so, ja, aber... Ja. Ich glaube, der hat das so lange nicht mehr gespielt wie ich. Naja doch, wir haben ja letztens nochmal gespielt. Achso, ja. An dem Donnerstag, ja. Und dass es bei mir heute verhältnismäßig gut klappt, das auch... Ich weiß nicht. Ich hab dir das doch gesagt. Das ist die Motivation der Shotgun-Farmer-Runde vorher. Sollen wir... Wie sollen wir arbeiten? Sollen wir die Haken ohne Hände geput machen? Mit den Händen. Ich hab noch keinen Kasten. Oh mein Gott. Ja. Gut. Ich kann die Haken ohne Hände geput machen. Ah, mit dem Mund. So, echt? Ohne den Kasten meine ich. Ja, deswegen macht er ja auch so. Ich sag ja, der hat Perks ohne Hände in seinem Level. Ob er ist bei mir. Ja. Ja, der hatte ich auch lieb. Also hab ich zurückgewandelt, oder? Der ist noch unsichtbar. Nee, nee, ist noch unsichtbar. Aber ich hab ihn... Ich hab... Man sieht ja so ein bisschen so'n Schimmern. Ja, ja. Achtung! Äh... Martin, der ist hier. Ich bin in dem Schrank hier. Aber der... Der ist hier. Ja, ja, der steht hier. Ja, ja. Kann er gecheckert sein? Jetzt ist er sichtbar. Jetzt hört sich. Oh! 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 Doch! Das geht nach! Und der ist näher drin! Oh! Jetzt damit. Bei du. Wir sind jetzt auf dem Schrank. Oh! Oh! Ich dachte, ich musste irgendwas machen, während du gejagt bist. Ja, egal. Jetzt kommt er hinter mir her. Ist auch okay. Martin, dann bist du's wenigstens nicht. Ja, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Doch. Nein. Doch. Ja. Er lässt mich liegen, die Drecksau. Ja, natürlich, weil er mich noch fertig jagen will. Alles gut, er sieht dich nicht im Perk. Ich bin heute die ganze Zeit rumgerannt und hat sie... Ah, natürlich hat er mich gefunden, ist doch klar. Und jetzt holt er Keji. Nee, er sucht mich. Ach, schade. Jetzt steht er vor mir und guckt mich an. Ah! Nein! Oh mein Gott, es war so knapp. Ach, die Scheiße. Ja, da sind auch schon ein paar Haken weg. Atme! 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 Nee, nee, nee. Echt jetzt. Der ist doch schon wieder gemutet. Das ist doch... Ja, aber ich brauch ihn jetzt. Ani, du bist versteckt grad, ne? Du verlierst auf jeden Fall weniger Leben als Cash. Geh erst zu Cash. Ja. Ich hab mich jetzt so weit hoch erholt, wie es nur irgendwie geht und lieg hier hinten gemütlich im Gras. Ja. Kommt mal wieder zu Cash. Wer immer da gerade zu mir wollte, ist ihm jetzt voll reingelaufen irgendwie. Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Mann, der hat mich wahrscheinlich hier hinten noch gesucht, Alter. Nee, wer hat den Atmer? Wer hat den Atmer? Warte, warte. Könnte ich holen. Ja, warte. Warte, er lässt den Atmer liegen. Ja, deswegen. Alter, dieser Henne, der kann auch alles. Atmer, erhol dich, soweit du hochkommst und krieg ich ein bisschen von der Stelle weg, wo er dich getötet hat. Denn da wird er dich wieder suchen. Ja, jetzt sind wir alle tot. Ja. Das kann sein so. Ja. Mann, Atmer, du musst mit uns reden. Ja, das ist bei dem Spiel halt schon auch so ein bisschen wichtig. Echt, sehr wichtig sogar. Das kann das nicht mit der Minitaktik so. Da muss ich keine Hack machen, muss ich den Rathorn machen. Jetzt können wir es so durch eine Rettungsaktion schaffen. Ich glaube, dass unser Bestück weg ist von mir, dann mache ich den Blockversuch. Oder durch einen Struggle, also durch einen Wiggle. Also ich blockiere diesen Haken so lange wie ich kann. Dann guck mir nicht beim Sterben zu, du Spass. Das macht so keinen Sinn, eine Art mehr. Oh, jetzt lässt er uns einfach dreckig ausbluten. Ja, doch, ja. Ja, komm. Macht keinen Sinn, ich gebe auf. Das muss der aber schon mit reden. Ey, dann bin ich nicht als erstes gestorben. Geil. Ne. Ach ja. Warte, vielleicht findest du die... Das schaffe ich nicht mehr, ich bin so gut wie verblutet. Egal, wenn jetzt hier auf geht, direkt neben dir. Ja, ne, ich habe nur noch einen mini-roten Strich. Ich bin tot, bevor der Atmetod ist. Wenn man nur noch zwei hat. Also dann steht der direkt vor mir. Wie immer der mich jetzt direkt gefunden hat. Ja, aber das ist deine einzige Chance zu überleben, tatsächlich. Wiggle. Ja. Ja. Und andererseits wärst du jetzt gestorben. Ja. Ja. Ja, das find ich auch so. Aber gut, auf diese Weise hat er mich dazu gebracht als Letzter zu sterben. Sonst wär ich als Vorletzter gestorben. Ja. Aber ich bin in aller Ruhe quer über die gesamte Map gekrochen. Der war eben so... Der ist direkt zu mir gelaufen und hat Luft gesammelt. Der hat genau woher ich bin. Ja. Ja, das ist... Das war glaub ich auch der Punkt, als ich dann aufgehört hab, dieses Spiel zu mögen. Als sämtliche Perks freigeschaltet waren und du eigentlich überhaupt keine Chance mehr hast. Weil, äh... Ja. Das ist... Ja. Okay, das war's. Ja, warum struggle ich eigentlich? Für die Punkte. Lächerlich. Ne, das war jetzt ungefähr so, wie ich dieses Spiel gewohnt bin. Dass du einfach so oder so keine Chance hast. Ey, Hauptfache der Art war, rede nicht mehr. Ja, das auch. Das war echt dumm. Ich sag noch zu ihm, ey komm, aber wir müssen jetzt reden damit wir retten können. Ich kann nicht alleine hingehen. Alter Henne, was hast du denn alles dabei? Kein Wunder, was ist denn mit dir los? Und das hat er für 1000 Perks alle drin? Ach du Scheiße! Ja, okay. Wir haben ihn mal so ausgestattet, wo wir den damals gespielt haben. Das ist der einzige Killer, den ich Stufe 2 hab. Deswegen hab ich dir das mal genommen. Ja, aber ist klar, bei den Perks hast du keine Chance. Das sind halt sämtliche Perks, die wir halt alle mal freigeschaltet haben. Ne, aber wir haben die damals in Customs gespielt und ich hab mir den so ausgerüstet gehabt damals wohl schon. Und hab ihn einfach mal so gelassen. Ja, ich hab meinen Charakter auch so gelassen, wie wir ihn mal gemacht haben. Ey, kann man die nicht wieder entfernen? Das kann doch gar nicht... Doch, die kann man wieder entfernen, aber ich hab's einfach nicht gemacht. Ach ja, dann lass doch mal versuchen, das ohne einen einzigen zu spielen. Da müssen wir halt die Chancen los. Schade, weil das war eigentlich ganz schön. Ja, logisch, klar. Können wir uns auch gleich selbst umbringen. Haha, das ist geil. Ich denk, warum mach ich keinen Nerven? Ich hab einen Perk drin, dass die Glocke lautlos ist. Ich so, nice. Haha. Ja, das ist lächerlich. Das ist dann auch kein Wunder, dass ich, ähm, verwundet über die gesamte Map krieche, aber du mich trotzdem sofort findest. Ja, du wurdest mir eingeblendet, sobald einer hackt. Ey, ich weiß wirklich nicht, wie man das weg macht. Du musst unten den Perk, glaub ich, nochmal anklicken in der, in der Ding. Ja, wir haben unsere Gruppe wohl unterbrochen. Ah, ja. Ja, bei mir auch. Toll, toll. Weißt du, das ist wieder typisch. Da gewinnt man einmal, wenn man besser ist und alle lief. Ne, wir sind nicht geliebt. Wir haben dich einfach gemeldet. Schluck ist rausgeflogen. Also, ich bin noch in meiner eigenen Party drin. Ist der Abendmahls eigentlich noch dabei oder nicht? Ja, der telefoniert mit Rot, keine Ahnung, was weiß ich. Hä, die wohnen doch jetzt zusammen. Ja, das ist für ihn doch kein Argument. Und das Schöne ist, dass er es ja auch nicht sagt. Der mutet sich immer einfach, würde er wenigstens einmal... Das geil ist aber... Ich hab schon so oft gesagt, im Vorfeld kurz sagen, Sorry, ich telefonier kurz, dann wüssten wir wenigstens Bescheid. Aber der ist immer einfach plötzlich weg. Wenn die in derselben Wohnung sind und da telefonieren, das bei dem Hall. Die hören sich ja achtmal. Martin, du bist jetzt, gell? Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten, hab ich gerade gekriegt. Ja, der hat sich gemutet. Ne, Martin, du bist jetzt Killer. Ich kann dir nicht weiter hin. Ja, Martin und Atma sind auch wieder raus. Achso, ich bin mit Cashy zusammen. Du bist raus. Ne, du bist auch bei mir. Du bist nur... Ihr seid nur beide Killer gerade. Achso. Ja, 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 warte. Ja, ne, alles gut. Das hab ich nicht gedacht. Ja, jetzt kann ich beitreten. Ich muss niesen, wird laut. Ja, Atma ist auch dabei. Okay, ich hab jetzt alle aus... Also alle weg. Alle Perks weg, okay. Alles, also nichts. Also auch bei den Überlebenden dann. Ja, schauen, oder? Ja, da muss ich mir ein Foto machen, weil das sind die ich vorher schon hatte. Ja, ja, mach dir ein Foto. Also wenn ihr alle Perks weg habt, würd ich auch nochmal Killer spielen. Ohne Perks. Ja. Damit's fairer ist. Kann doch nochmal... Können wir schon machen. Wenn du Killer willst, Manni, ich halte dich nicht auf. Mach ruhig Killer. Ja, ja, du kannst ja danach nochmal. Jetzt bin ich schon... Aber, ähm... Aber ohne Perks. Ja, ich hab jetzt, ähm... Bin ich aber. Ja, also... Einen einzigen Perk hab ich drin, den ich vorher schon mal hatte. Ja komm, der Timo hatte auch Perks, der Atma hatte auch Perks. Naja, aber deswegen haben wir doch jetzt gesagt, dass wir jetzt alle, alle rausmachen. Hat's recht. Dann haben wir nämlich einheitliche Chancen. Mini-Penis. Pfff. Weil jeder hatte einen... Toll. Naja, nachdem der Timo, der Atma und Henne mit Perks spielen durften, bin ich jetzt derjenige, der ohne spielen muss. Das ist so typisch. Dafür spielt der Atma ohne Headset. Und ohne Talent. He. Und wenn er so weitermacht, ohne Freunde. Oh, jetzt geht's um Talente. Ja, also... Da ist auch eigentlich völlig egal, was für ein Killer ich nehme, weil... Ich kenne die eh alle nicht. Ich mag den Geist, der kann sich undichtbar machen. Aber dafür... Aber dafür ist mir aufgefallen, wie hart langsam der ist dann, wenn der sich wieder aufdeckt. Der Bären-Typ, Bärenfeind-Typ ist, glaube ich, der einfachste. Der in dem kannst du einfach Bärenfeind legen und Leute um axten. Dann gibt's noch den mit der Kettensäge, der war immer... Das ist... Mir ist es eigentlich egal, ich kann die eh alle nicht. Das ist meine Kettensägen-Imitation übrigens. Riiiin! Das ist so eine Bio-Kettensäge. In richtig wenig Schmackes. Reicht grad so für eine Gartenhecke. Ja, aber Martin, du musst es mal so sehen. Timo hat ja jetzt auch keine Perks mehr. Das heißt, er kann auch keinen Haken mehr wegmachen. Stimmt. Also... Es ist wirklich... Es ist die faireste... Es ist die faireste Art, wie man das spielen kann. echt beschissen jetzt also für uns naja ich kann nicht aber der macht bereit aber sagt nix ja ich hab ihn angestuft ja gut schmeiß abend raus hol joanna wieder rein